Also ich glaube schon, dass er eine gewisse Heimatverbundenheit hat und die vielleicht etwas intensiver ist als bei manchen anderen, weil er eine Heimat erst finden musste. Also Paul Simack ist für mich ein Familienmensch. Seine Frau, seine Kinder, da geht ihm das Herz auf und dadurch leitet er so viele Werte ab, das lebt er tatsächlich. Der hat sich nicht verändert. Es ist sein Wesen, dass er sehr eloquent ist, dass er auf alle eingeht, dass er auch den Menschen das Gefühl gibt, ich nehme dich wichtig, wenn du mir was sagst. Er hat eine moderne Form von Volkspartei wieder nach vorne gebracht mit Positionen der Mitte und ich glaube, das ist wichtig, in den Herzen der Menschen zu ankern. Ich weiß, wie viel Paul an dem Thema Digitalisierung liegt. Das hat er jetzt mehrmals im Amt als Generalsekretär bewiesen und wenn er den MK im Bundestag vertritt, ist er auch in diesem Thema für uns stark. Eine starke Stimme für unsere Region mit Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen in Berlin. Paul ist authentisch, Paul ist heimatverbunden und Paul kann insbesondere junge Menschen begeistern. Mein frühes Urteil, dass da ein großes Talent heranwächst, war nicht so falsch und inzwischen ist er ziemlich gewachsen. Ihr Tga. Sollte. Untertitelung des ZDF, 2020